Wir sind hier jetzt an der Ruine Aura angekommen, ja, wie ihr seht, Ruine, kann man wörtlich nehmen, würde ich sagen. Da ist nämlich wirklich nicht mehr viel von übrig. Ja, wir haben gerade einen richtigen Anstieg hinter uns, deswegen machen wir hier noch kurz Pause. Ihr seht währenddessen noch ein paar Schnittbilder von der Ruine Aura. Also, wir sind jetzt hier mittlerweile in Ramstad angekommen, wie ihr seht, hier am Bikepark an der Vereinsstrecke. Wenn ihr hier fahren wollt, müsst ihr Vereinsmitglied sein. Sind ich und der Felix, deswegen sind wir hier schon die eine oder andere Runde gefahren, wenn sich die anderen, wie ihr vielleicht seht, hier im Hintergrund ausruhen. Wir fahren jetzt noch ein bisschen, setzt uns vielleicht auch nochmal dazu und dann geht unsere Tour auch weiter. So, wir kommen jetzt aus dem Poetischen. Der führt uns zum Urbanus. Der Urbanus, der ist ein Heiliger und der wacht hier über die Ramstadler Weinberge. Von hier hat man einen richtig geilen Überblick über Ramstadl und die umliegenden Dörfer. So, wir sind jetzt hier am TerrorF in Ramstadl, also unser Ziel. Die Aussicht von hier ist auf jeden Fall echt geil. Ich finde, die Tour hat sich richtig gelohnt und es hat richtig Spaß gemacht, hier zu fahren. Übrigens, die Tour gibt es auf Komoot. Da gibt es hier einen QR-Code und wenn ihr wollt, könnt ihr den scannen und euch gleich lotsen lassen. Also, wir gehen uns jetzt noch ein Eis holen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Ciao!